Deutsches Sportpferd in Bayern gezogen, bei Beate Fischer in Bad Griesbein, der bis jetzt auch steht, hier kommt die 14 Desperados Diamond Hit. Ja, der Höchpunkt kommt immer zum Schluss. So haben wir hier diesen wirklich außergewöhnlich guten Hengst, als Siegerhengst vor uns stehen. Ein sehr präsentes Pferd, der durch seinen Aufriss, durch seine Art, wie er sich präsentiert, wie er dasteht, die Leute in Bann zieht. Wir haben das Pferd drei Tage beobachtet und ganz besonders ist uns aufgefallen, dass dieser Hengst immer leistungsbereit war. Wenn man dem ins Gesicht geguckt hat, hat man den Eindruck gehabt, der hat Spaß an dem, was er hier tun und uns zeigen darf. Und das hat er auch wirklich mit absolut Ausnahmeerscheinungen und Ausnahmebewegungen bewiesen. Wir haben die Grundgangarten in allen Bereichen mit sehr gut beurteilt. Ein Pferd, was auch in Ruhe mit sehr großem Ausdruck, mit sehr großem Grundschwung versehen ist, wenig Tempo braucht, um seinen maximalen Ausdruck zu zeigen. Dann aber auch beim Zulegen natürlich immer größer und immer erhabener wird, immer mehr ins Berg aufkommt. Und trotzdem dabei seine Hinterbeine auch immer unterm Schwerpunkt hat, seinen Körper gut ausbalancieren kann. Und dadurch auch natürlich mit seinem kräftigen Körper sehr, sehr, sehr gut umgehen kann für ein so junges Pferd. Und auch im Galopp ein Pferd, was mit sehr großem Ausdruck versehen ist, was Last aufnehmen kann, was sich schließen kann. Und was aus diesem Schluss, aus dem Hinterbein heraus, mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Dynamik nach vorne galoppiert, wahnsinnig tolle Bergaufgaloppate zeigt, einen riesen Ausdruck hat, große Sprünge macht und mühelos auch wieder zurückkommen kann. Auch das konnten wir gut beim Longieren beurteilen. Also wirklich ein Traumpferd, zu Recht Siegerhengst. Und man kann wirklich nur Züchter und Besitzer herzlichste Glückwünsche aussprechen und dem Hengst einen wirklich sehr guten weiteren Weg wünschen. Vielen Dank. Und nun auch für ihn, die Sieger Scherpe. Natürlich auch hier die Glückwünsche für Züchterin und Besitzerin Beate Fischer aus Bad Griesbach. Und wir wollen ihn großartig feiern. Unseren Siegerhengst, deutsches Sportpferd aus bayerischen Landen. Der Siegerhengst mit der 14 vom Desperados, Diamond Hit. Anton, lass ihn tanzen. Untertitelung des ZDF, 2020